Seit sechs Generationen ein Begriff im Schaustellergewerbe, die Familie Welte aus Rostock. Für Nervenkitzel pur auf den Festplätzen sorgt unsere Familienerlebnis Achterbahn Speedy, die durch die hochwertige und durchgehende Thematisierung besticht. Besten Spaß für Jung und Alt bietet unser Zwei-Säulen-Auto-Scooter Hot Wheels. Für beste Unterhaltung sorgt unser Pusher. Point der Barbershop Das Entenangeln mit über 350 farbenfrohen Enten sorgt für den ganz großen Spaß bei unseren kleinen Besuchern. Für das leibliche Wohl der Gäste bieten wir eine große Auswahl an Schmalzkuchen, Pommes-Currywurst in verschiedenen Schärfegraden, Sowie die klassischen Krebs. Familie Welte aus Rostock, Schausteller in der sechsten Generation. Wir machen Freizeit zum Vergnügen. Mehr unter welte-speedy.de oder schausteller-welte.de